Audio Jungle Eine tolle Idee, mich hat, unabhängig jetzt von dem Familienfest, mich hat vorhin beeindruckt die Führung der neuen Büros. Ich habe eben so locker gesagt, ihr sucht noch neue Mitarbeiter, ich melde mich sofort. Das ist wirklich fantastisch geworden und ich kann nur sagen, ohne Mitarbeiter geht gar nichts. Und das war einfach absolute Spitze und ich bin heute begeistert, was daraus geworden ist, das will ich schon sagen. Und offensichtlich ja auch jetzt mit den neuen fortgesetzt wird. Herzlich willkommen zum 25-jährigen Jubiläum der GWS. Audio Jungle Wenn man tolle Partner hat, mit denen man zusammenarbeitet, dann klappt auch alles reibungslos. Bisher alles super, super organisiert, was soll man dazu sagen? Schön in die Kirche gegangen, jeden Sonntag, damit Petrus auch jetzt die Sonne scheinen lässt. Wir waren hier vorne schon in dem Kinderland. Marlene wurde schon geschminkt. Hufeisenwerfen haben wir schon gemacht, wir haben schon Eis gegessen und wir haben schon Kuchen probiert, der übrigens fantastisch ist. Man kann ja viel trinken. Man kann ja viel trinken. Man kann ja viel trinken. Auf Eis gibt das Gewinn. Ja, ich habe mir auch schon eins geholt. Gummibären zu essen. Die GWS, die fördert unseren Verein. Die ist sozial engagiert und ich bin Vorsitzende von dem Verein Niemals e.V. Genau und wir haben das große Glück, die GWS als Partner an unserer Seite zu haben. Ja, was ist aus dem Laden geworden. Die unendliche Erfolgsgeschichte. Ja, genau. Jetzt der neue Bau. Der neue Bau, da war ich das erste Mal drin. Ich habe es mir für heute aufgehoben, war wirklich genial. Ich habe es mir für heute aufgehoben.